Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Aye. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen und in Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Na klasse. Hätten wir die eine Schatzkiste doch noch mitnehmen müssen. Na egal. Hauptsache wir haben sie bestanden. Wow. Auf jeden Fall richtig cool. Diese Erinnerung bewerben. Ja bitte. War okay. Gefällt mir. Okay. Danke für ihr Feedback. Bitteschön. Gern geschehen. Gern geschehen. Und fortsetzen. Ja fortsetzen. Danke. Sieh doch Käpt'n. Da ist etwas im Wasser. Ja ich weiß, dass da irgendwas im Wasser ist und da ist eine Brick. So, wo verschlägt es uns denn jetzt hin? Überhaupt mal haben davon abgesehen, wo müssen wir als nächstes überhaupt hin? Ach hier hin. Okay. Da können wir eine Schnellreise hin machen. Wie weit sind wir denn davon entfernt? Äh, wo ist denn unsere... Check doch, check doch! Wo ist sie? Äh, check doch, wo bist du? Blind oder blöd? Ich finde die Jektor nicht. Legendäre Schiff. Ne, hier ist es da. Ja okay, aber schön und gut. Aber wo ist unsere Jektor? Da ist ein legendäres Schiff. Das ist Kingston. Ja, braten wir doch jemanden. Ey, ich... Wo zum Geil ist die Jektor? Hm? Ach, ist ja auch egal. Ich würde jetzt erstmal dahin reisen und mir das Ding jetzt so... Wie weit sind wir... Uuuuh! Was kann man denn da hinten machen? Na, da sind wir auch noch lange unterwegs. Ja, der ist aber jetzt nicht da. Ups. Oh, schön zweiholz. Kann man ihm auch gut gebrauchen. Ach, du meine Güte. Na, wann kommt denn eine Riesenwelle? Kommt keiner? Okay. Okay. Okay, da kommt sie. Oh nein, 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 nein. Gerade, gerade, gerade. Gerade. Frontal. Jawohl. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Okay. Sehr wenig Schiffen hier unterwegs. Ich meine, okay, bei dem Wetter kein Wunder, ne? Wird das jetzt eigentlich in Seemeilen gerechnet oder in Kilometer gerechnet? Weil 6.900 Meter sind ja bei mir 6,8 Kilometer. So, das lade wieder auf. Was haben wir denn da? Ein Schoner. Aber der hat Holz! Kollege, ich brauch dein Holz. Das nenne ich mal einen volltrefflichen Treffer. Na, bitte. Sind's da nur 5? Aber du hast Holz und das brauch ich. 2 3 Ich kann nix sehen. 4 Und 5 Ich mach das ja eigentlich nur wegen dem Holz. 38 Holz, 38 Stoff und ein Crewmitglied. Kennen wir es flotter aufnehmen, Bekanntheitsgrad verringern. Ich weiß, warum hab ich es gemacht. Wir werden alle in den Tod gerissen, Käpt'n. Was? Warum? Warum werden wir denn alle in den Tod gerissen? Uuuuhh, deswegen... Scheiße, 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 aaaaaaah! Alter! Musst du mich so erschrecken? 1 Ich hab mir wassert dare. Ne, das war knapp. Alter, da habe ich mir jetzt gerade in einem braunen Streifen in die Hose gesetzt. Also das war jetzt echt verdammt knapp. Sieht ja schon richtig geil aus, unsere Jektor. Noch fünf Kilometer. Ziemlich versoffen die Stimme, aber ansonsten ein schönes Lied. Oh, was fahren wir denn da? Wow, alter. Neune Fregatte, 2000 Real. Na, aber gerne doch. Wozu hat man denn die Mörser? Oh, ich höre gar keinen Knall. Oh, ich habe einen schon außer Gefecht gesetzt mit dem Mörber. Auch nicht schlecht. Alter, alter, alter. Aber wir haben sie. Ein... Na bitte, ja natürlich entern wir, aber hier ist doch noch irgendwo einer da. Ach, ach was. So, was war jetzt das große da? Was kommt da? So, guten Tag die Herren. Guten Tag die Herren, ich wollte nur mal da am rechten schauen. Was? Oh, glatter Durchschuss. Moment mal, ich habe keine Schwerter, ja? So, und the next. Wer will, der hat noch nicht. Hier gibt es. Kehlenschnitte zum Sonderpreis. Sonderpreis. Ey, so war das aber nicht geplant. Hier, ja. Ja. Und tschüss. So, und das ist Nummer 12. Alter, gibt der erstmal einen Dandy. Das war Nummer 13. 14. Und 15. Ja, bitte. Aber so wirklich hat sich das nicht gelohnt. 2000 Real. So. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken. Ach. Rat mal, warum ich das gemacht habe. Aus Spaß an der Freude? Nein. Was hat der denn? Oh, 25 Holznadel. Holen wir uns. Was hatten wir dahinter? Auch 25. Oh. Hallöchen. Einer nur noch. Oh, das war ja einfach. 25 Holz, 25 Stoff, ein Crewmitglied und wir machen, äh, im Canvas Flutter aufnehmen. Das war ja. Du. Äh, wiederholst dich. Und ich glaube, der hat hier ja auch. Äh, ja. Gute Sachen für unsere Jektor, die wir gebrauchen. Deswegen mache ich das. Das war einer, das waren zwei, drei, vier, ja, lässt sich fallen. Jektor reparieren brauchen wir nicht mehr. Äh, was machen wir denn jetzt? Ich würde mir sagen auch in Ken West Flotte aufnehmen. So. Alter, was ist denn hier los? Ach du meine Güte, was ist denn hier alles? Ach ne. Dreimal Stoff. Fünfmal Holz, schön. Vier Zucker. Einmal rum. Und was haben wir als letztes? Dreimal Metall, schön. So. Ach, jetzt kann man sich die Jektor mal so angucken. Nett. Hä? Oh. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wieso gehst du denn wieder zurück? Aber wird voll krach und dagegen gerasselt. Ja, man sollte halt nicht sich die Jektor angucken und dann so die ganze Zeit bleiben. Schön. Was haben wir denn da Schönes? Vier Holz. So, wir kommen unserem Ziel immer näher. Ja. Ja. Ja.